Heute verrate ich dir, wie du einen wirklich guten Google Ads Manager erkennst. Unabhängig davon, ob sie oder er in deinem Unternehmen sitzt, ob es ein Freiberufler ist oder eine Beauftragte Agentur. Ich zeige dir an fünf Merkmalen, worauf du achten musst, um wirklich einschätzen zu können, gut oder schlecht. Profi oder Anfänger. Merkmal Nummer 1. Nachvollziehbare Prozesse und Transparenz. Wenn du einen Profi hast, dann wirst du merken, dass dieser Wert darauf legt, dir zu erklären, was gemacht wird und warum es gemacht wird. Du hast jederzeit Zugriff auf deine Google Ads Konten, auf Google Analytics und Co. und kannst jederzeit das auch nachvollziehen, was dort gemacht wird und was das für Ergebnisse bringt. Einer unserer Kunden sagte beispielsweise in einem Interview, dass sie erst erkannt haben, wie wichtig das ist, alle Maßnahmen transparent und halt kontinuierlich zu optimieren und auch wirklich zu messen, also den Erfolg messbar zu machen. Merkmal Nummer 2. Fundiertes Fachwissen und regelmäßige Weiterbildung. Ja, gerade in dem ganzen Thema Online-Marketing ist natürlich nichts so, wie es vor fünf Jahren noch war. Wir haben innerhalb des Google Ads Systems, Meta-Ads Systems, egal was du dort rausnimmst, natürlich eine sehr dynamische Entwicklung. Da spielen Faktoren rein, wie neue Kampagnentypen, neue Funktionen, veränderte Algorithmen, veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, sei es auch so etwas wie Consent Mode oder das Thema iOS Tracking. Man muss einfach immer auf dem aktuellen Stand bleiben und das wirst du auch schnell merken. Wenn dir also jemand erzählt, dass immer noch manuelle Gebote besser funktionieren als Geburtsstrategien, dass Conversion Tracking nicht so wichtig ist, dass du also deine Erfolge nicht messen musst, dass es doch prima ist, wenn du jede Menge Anrufe bekommst und die Person aber einfach nicht versteht, dass dir die Anrufe nichts bringen, also keinen Umsatz bringen, dann ist es an der Zeit tatsächlich darüber nachzudenken, ob dieses Merkmal tatsächlich auf dein Google Ads Manager zutrifft. Sehr schnell wirst du auch merken, ob jemand strukturiert an deine Kampagnen, an dein Tracking rangeht. Also gibt es einen klaren Fahrplan, was zuerst gemacht wird, was dann gemacht wird und wie es dann weitergeht im Laufe der Zeit. Werden aktuelle Trends beispielsweise auch im Suchverhalten von Nutzern auf Google berücksichtigt und werden eben auch neue Google Features, neue Funktionen auch berücksichtigt, wenn es sie denn gibt. Kriegst du darüber regelmäßig Updates, Informationen etc. Merkmal Nummer 3, um zu erkennen, ob dein Google Ads Account Manager ein Profi oder ein Anfänger ist, wie gesagt, es gilt immer auch für die weibliche Form, hat die Person denn Erfahrung und nachweisbare Erfolge? Also kannst du denn tatsächlich auch zum Beispiel Kundenstimmen sehen, wo du auch wirklich objektiv einordnen kannst, ist das jetzt ein korrektes Testimonial, kannst du vielleicht diese Person auch mal kontaktieren, gerade wenn es darum geht, dass du jemanden für recht viel Geld beauftragst oder auch für eine längere Zeit beauftragen möchtest, wenn du sehr sensible Themen hast, die du bewerben möchtest. Natürlich ist der Zugriff zu deinen Google Ads Kampagnen auch durchaus ein sensibles Thema, denn da ist ja Zugriff auf die gesamte Historie der letzten Jahre oder auch sogar Jahrzehnte. Also schau dir genau an, kann die Person dir schon Referenzen aufzählen, wo du merkst, hey, da ist wirklich Wissen dahinter, da hat jemand schon Erfahrungen gesammelt und erzählt dir nicht einfach etwas, was er irgendwo gehört hat oder irgendwo gelesen hat. Gibt es beispielsweise Erfahrungen mit unterschiedlich großen Budgets? Also kleinere Budgets bis mehrere hundert Euro oder auch tausend Euro im Monat sind anders zu handeln mit ganz anderen Schwerpunkten als Budgets, die bei 500.000 Euro im Monat liegen. Im Idealfall hast du auch so etwas wie eben nicht nur Referenzen und Interviews oder Kundenstimmen, sondern auch eine Art Fallstudie. Merkmal Nummer 4. Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Ja, ein Google Ads Manager ist im Prinzip immer auch in der Lage auf zum Beispiel Veränderungen am Markt. Derzeit sehen wir bei vielen Kunden beispielsweise einen sehr, sehr starken Rückgang im Konsumverhalten ihrer Kunden. Es heißt nicht, dass die Leute generell einfach gar nichts mehr kaufen, aber viele Menschen überlegen sich deutlich stärker, ob sie das Ganze brauchen, ob sie dein Angebot wirklich wahrnehmen wollen, ob sich das leisten können und was das ihnen für Wert beziehungsweise Ergebnisse bringt. Achte darauf, ob dann auch dein Manager, dein Google Ads Manager auch darauf wirklich reagiert. Also wird denn mehr und mehr vielleicht auch mal auf das Thema Kundenerfahrungen gesetzt? Wird auf das Thema, was für Vorteile bietet denn dein Angebot für deine Kunden? Wird das mehr hervorgehoben? Gibt es auch Tipps dann beispielsweise für deine Landingpage, also für deine Webseite, dass du dort beispielsweise auch mehr Vertrauen aufbauen kannst und deine potenziellen Kunden das Ganze eben auch sehen? Ja, also gibt es im Prinzip diese wirklich dynamischen, flexiblen Veränderungen an saisonale Trends, an Marktveränderungen etc. Gleichzeitig solltest du natürlich auch sehen, dass diese Person in der Lage ist, dann eben auch so etwas wie Geburtsstrategien zu verändern und auch mal zu testen. Ich sehe in nahezu jedem Google Ads Konto, was wir übernehmen, dass es eine Kampagne gibt für die eigenen Markenbegriffe, egal ob die jetzt in einer Kampagne mit generischen allgemeinen Begriffen mit enthalten sind oder ob es separat aufgesetzt ist, aber sehr oft sind die dabei und sehr oft laufen sie mit einer falschen Geburtsstrategie. Ich hatte erst vor ein paar Wochen wieder den Fall, dass das Keyword, was den Unternehmensnamen beinhaltet, im Durchschnitt 1,23 Euro pro Klick gezahlt wurde. Mit der richtigen Geburtsstrategie haben wir das innerhalb von ein paar Stunden auf 3 Cent pro Klick gesenkt und das bei gleicher Sichtbarkeit, bei gleicher Klickanzahl. Da musst du einfach mal für dich überlegen, nutzt dein Google Ads Manager, deine Google Ads Managerin wirklich diese Potenziale aus und kann darauf auch reagieren. Ist das Verständnis da, dass nicht immer eine Geburtsstrategie auf Dauer auch die richtige ist? Ja, Merkmal Nummer 5, wie sehr wird Wert gelegt auf Messbarkeit und datengestützte Entscheidungen? Ja, also so ein bisschen wieder jetzt auf Punkt 1 bezogen. Punkt 1 war ja nachvollziehbare Arbeitsprozesse und Transparenz. Ja, und die Transparenz gilt natürlich sehr stark auch bei dem ganzen Thema Tracking. Ja, also werden denn wirklich auch die für dich wichtigen Ziele gemessen, erfasst und an Google zurückgespielt? Kann er verstehen, ob aus den Terminen, die mit dir vereinbart wurden, ob aus den Kontaktformularen, die an dich geschickt wurde, später wirklich auch etwas geworden ist? Also ist da wirklich dann auch ein Umsatz draus geworden? Wenn nicht, dann ist dieser Punkt, dieses Merkmal nicht gegeben. Und du solltest wirklich dringend deinen Google Ads Manager damit konfrontieren und sagen, Stand jetzt kann Google Ads doch gar nicht die Information bekommen, wie viel Umsatz da auch letztendlich real rüberkommt. Und da habe ich jetzt noch gar nicht so etwas wie Stornus oder so etwas berücksichtigt. Also überlege, gibt es denn wirklich ein umfassendes Konzept, dass deine wichtigen Daten und letztendlich ist das der Umsatz und der Gewinn, den du über die Kampagnen erzielst, ist der wirklich transparent gemacht? Kann Google Ads den verstehen und bekommt Google Ads diese Information überhaupt? Ich fasse noch mal kurz die fünf Merkmale zusammen. Merkmal Nummer 1 waren nachvollziehbare Prozesse und Transparenz. Merkmal Nummer 2 fundiertes Fachwissen und kontinuierliche Weiterbildung. Merkmal Nummer 3 Erfahrung und nachweisbare Erfolge. Merkmal Nummer 4 Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Und Merkmal Nummer 5 Messbarkeit und datengestützte Entscheidungen. Und ich denke, alleine an diesen Punkten wirst du schon so ein bisschen abschätzen können. Hast du jemanden, der an deinem Account arbeitet, egal ob intern oder extern, der wirklich auf diese Merkmale auch zutrifft, wo du ruhigen Gewissens sagen kannst, ja, anscheinend habe ich wirklich jemanden, der als Profi im Bereich Google Ads unterwegs ist. Oder wenn du merkst, da sind doch ein paar Punkte, die Christoph jetzt im Schnelldurchlauf angesprochen hat, die nicht gut laufen und die ich nicht nachvollziehen kann, dann solltest du vielleicht das mal in Frage stellen. Weil ich sehe jeden Tag Konten und Kampagnen, wo wirklich das Potenzial bei weitem nicht genutzt wird. Es wird Geld verbrannt, es wird dein Geld verbrannt und Potenziale werden einfach nicht genutzt, um noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn, die Kampagnen einfach noch effizienter fahren zu lassen. Wenn du jemanden suchst, der diese fünf Merkmale und natürlich noch mehr Merkmale auch vollkommen erfüllt und deine Google Ads Kampagnen wirklich zum Rennen bringt, dann komm sehr gerne auf uns zu. Du kannst dir über die masterofsearch.de-Seite jederzeit ein Erstgespräch vereinbaren. Das Gespräch ist total unverbindlich und wir schauen einfach mal gemeinsam, was deine Herausforderungen sind, deine Erfahrungen bisher rund ums Thema Google Ads und wie wir dir, wenn du möchtest, dabei am besten helfen können und dich einfach dabei begleiten und unterstützen. Ich danke dir vielmals, dass du dir diese Folge angesehen und angehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Bis dahin!